Guten Morgen, verehrte Zuschauer, hier ist der Frank Schuh von Elliot Weber Live mit einer Analyse des deutschen Aktienindex. Also ich beginne heute längerfristig, schauen wir mal drauf und gehe aber doch ziemlich weit runter in die kleinen Zeiteinheiten. Also seien Sie gespannt und bleiben Sie dran bis zum Schluss, denn da sehen wir auch die ganz kurzfristigen Bewegungen. Los geht es und hier im 4-Stunden-Chart, da sehen wir diese Bewegung, hier ist eine 2 zu Ende gegangen hier unten, eine Welle 2. Und in der nun aufsteigenden Welle 3 haben wir nun die Welle 1 gemacht und hier eine Welle 2 gemacht. Und hier ist zunächst mal folgendes wichtig zu berücksichtigen. Diese Welle 2 hier ist auffällig, weswegen ich da auch eine Make-up-Rick-Linie dran gemacht habe. Denn, sehen Sie diesen Aufstieg hier, das ist sozusagen, den nehmen wir als 100%. Und dieser Rücklauf hier in dieser Welle 2, da habe ich hier rechts an den Rand mal ein Retracement getackert, hat jetzt hier knappe oder genaue 38,2% Rücklauf gemacht. Gut möglich, dass das ausreicht, aber keinesfalls sicher. Also könnte es auch sein, dass wir nochmal durchaus runterkommen. Das ist das Risiko. Wenn wir voraussetzen, dass die Welle 2 hier zu Ende ist und unter der Voraussetzung, dass die Make-up-Rick-Linie hält, haben wir hier eine Welle 1 in dieser untergeordneten Bewegung. Das heißt, das hier ist die 1 und die 2 in der großen 3, die von hier aus geht. Und hier, diese Welle 2 hat jetzt schon einen sehr schönen und starken Rücklauf gemacht. Bedeutet im Klartext, das ist ja auf jeden Fall, ohne dass ich da jetzt ein Retracement dran zeichne, weit über 61,8% hinaus. Das bedeutet aber wiederum, wenn wir nun diese Make-up-Rick-Linie als Maßstab nehmen, ob die Analyse nun so richtig oder falsch ist, dann kann man hier wunderbar einen Stopp setzen. Denn hier an dieser Linie wird es sich entscheiden. Ich gehe mal runter in den Stunden-Chart, dann sieht man das ein bisschen genauer. Hier könnte, bis hier dürfte die 2 noch gehen, muss sie aber keinesfalls tun. Ich mache das immer so, immer dann, wenn hier jetzt ein Major-Retracement wie 61,8% oder sagen wir mal 50% erreicht wurde, dann wird die 2 an das nächste Retracement, die 61,8% gesetzt. Ist das erreicht worden, wird das Retracement an die 78,6% geheftet. Das heißt aber nur, dass das jetzt das nächste Retracement wäre und nicht, dass zwingend die Welle bis dort runterlaufen muss. Das bitte immer richtig verstehen. Heute sind wir jetzt in dieser Range. Hier unten haben wir die rot gestrichelte Linie und hier oben, ganz fein zu sehen, die blau gestrichelte Linie. Und das ist jetzt momentan das Spielfeld. Die Frage ist jetzt, wo brechen wir zuerst aus? Und das gibt uns dann schon mal die Richtung für den Tag vor. Das im Hinterkopf behalten. Das heißt, von hier aus betrachtet kann jetzt jederzeit, wenn wir davon ausgehen, dass diese 2 hier hält, beziehungsweise die Make-A-Brick-Linie hält, kann jetzt jederzeit bereits der Anstieg losgehen. Und würde dann zunächst mal, ja der würde noch höher gehen, wenn wir uns diese 2 hier nehmen, da ist eine 1, hier ist eine 2 und da oben ist die dazugehörige 3 im Kreis. Diese Welle 3, damit die hier ins Bild passt, ist jetzt auch nur mit 61,8% Ausdehnung eingezeichnet worden. In Wirklichkeit kommt die bedeutend höher. Ich würde es mal so formulieren. Das hier wäre die absolute Minimalvoraussetzung, damit es eine Welle 3 sein kann. Und wenn diese 61,8% erreicht werden, dann wird auch diese Welle 3 Stück für Stück hochgesetzt, bis zu der Ausdehnung, die dann letzten Endes die letzte ist und die zutreffende ist. Und das ist dann schon mal sehr gerne und sehr häufig, auffällig häufig, 161,8%. So ist das zu verstehen. Das ist also nicht das ultimative Ziel hier, sondern das minimalste Ziel unter der Voraussetzung, dass der Rest dessen, was ich gerade gesagt habe, hier soweit zutrifft. Deswegen ist das hier auch, wenn ich hier einen Ausstieg dran mache, mit Vorsicht zu genießen. Bitte bedenken Sie, dass Sie dann hier von hier aus noch lustig weiter hochgehen können. Nur, ich möchte hier sehr vorsichtig agieren und wir können ja mal ausrechnen, was im Worst-Case-Szenario das CRV ist. Jetzt muss ich davon ausgehen, wir würden jetzt genau zu diesem Moment in den Markt einsteigen. Was Sie natürlich nicht tun werden, weil das hier ist ja keine Anlageberatung. Hier unten wäre die Make-out-Break-Linie. Ganz so weit würde ich gar nicht warten. Ich würde spätestens meinen Stopp hier setzen. Spätestens. Dann hätten wir im Worst-Case-Szenario so schlecht gerechnet, wie man nur rechnen kann. Hier 1,24% Risiko nach unten, hätten nach oben hier 3% Chance. Das ist ein wenig schlechter als 3 zu 1. Wenn wir jetzt mal uns die Mühe machen, hier ein Retracement dran zu machen, beziehungsweise ich sage Retracement, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja eine Erweiterung dran zu machen. Dann sieht das folgendermaßen aus. Hier fangen wir an. Hier oben haben wir unsere Welle 1. Hier unten haben wir unsere Welle 2. Und dann sehen wir hier die Extensions. Das waren nur 38,2%. Das heißt, diese ganze Bewegung hier, und dafür nehme ich jetzt mal den Ausstieg hier, da sind die 61,8. Bis dahin hätten wir dann bereits gemacht, wenn wir im Markt bleiben natürlich, das ist jetzt nicht kurzfristig, 5,7%. Bleibt man weiter im Markt. Jetzt muss ich das schon ganz schön hier zusammenstauchen. Und wir machen nur 100%. Dann hätten wir bereits hier 10,2% gemacht. Und würden wir unser Ziel erreichen, das statistisch relevanteste Ziel von 161,8%, dann sind das 17,6%. Und dann sieht diese ganze Geschichte hier schon ganz anders aus. Hier unten unsere 1,24%. Hier oben unsere 17%. Das ist mal ein gigantischer Unterschied. Also so viel dazu. Jetzt kann man aber auch das Ganze nochmal anders machen. Man kann auch einfach nur, das mache ich mal weg hier wieder, die 3 in Klammern handeln, wenn man möchte. Das wäre dann die, die hier drauf folgt. Hier ist die 1 in Klammern, die 2 in Klammern, die 3 in Klammern. Alles das kann man sich aber auch dann durchaus mal selber ausrechnen. Ich wollte jetzt nur auf die generelle Bewegung aufmerksam machen, mit der wir es jetzt zu tun haben. Aber das Risiko in dieser Analyse, dazu gehe ich nochmal in den größeren Chart, bleibt, dass hier nochmal Platz wäre. Und jetzt schauen wir mal, was wäre, wenn, wenn dieser Make-up-Rick-Linie nach unten nochmal durchbrochen wird, bei 15.635 in etwa, dann könnte das Ganze nochmal weiter runtergehen in den Bereich zwischen 15.391 über 15.168 auch gerne noch in den Bereich 14.851. Ab 61,8% nimmt die Wahrscheinlichkeit immer weiter ab, weiter ab, weiter ab und die letzte Ausfahrt, bevor dann diese 2 bricht, wäre dann die 88,7 bei 14.661. Denn theoretisch könnt ihr auch diese 2 noch reißen und ich weiß nicht, ob wir sie hier auch noch draufkriegen, weil diese Welle 2 hier, wenn man sich die anschaut, dann machen wir auch ein Retracement dran. Man muss ja, also ich möchte gerne, dass sie alles auf dem Schirm haben, dann wäre das hier das Retracement. Die hat nämlich auch nur etwas über 23,6% gemacht. Das heißt, wieder zurück, wenn diese Make-up-Break-Linie reißt, dann wissen wir erstmal, es geht runter nochmal. Das ist klar. Aber dann entsteht, wenn das reißt, entsteht ein neues Risiko, nämlich, dass es einen Durchmarsch gibt im DAX-Index und diese hier auch noch gerissen wird. Das ist die Gefahr. Das mache ich dann mal weg. So, das wäre dann nämlich für diese 2 hier. Dann kann es nochmal runtergehen, sogar in den Bereich 13.739, 13.280, 12.627. Es gibt es ja Leute, die sagen, ja Moment, also was bist du denn für ein LJ-Wave-Analyst, wenn du das nicht sagen kannst? Nein, so funktioniert aber LJ-Wave-Nummer nicht, wie sie sich das vorstellen. Ich ordne jetzt Wahrscheinlichkeiten ein. Erstens ist die LJ-Wave-Analyse eine subjektive Form der Analyse. Das heißt, vieles liegt im Auge des Analysten, des Betrachters. Zum Beispiel, ob ich jetzt hingehe und diese Welle 2 als Fertig einstufe oder nicht. Und selbst wenn ich sie als Fertig einstufe, dann muss ich immer im Hinterkopf haben, dass eine gewisse Restwahrscheinlichkeit existiert, dass die nochmal gerissen wird. Und was wäre, wenn? Und wenn ich das jetzt handeln möchte, das Ganze, dann gehe ich wie folgt vor. Ich nehme mir die erste Make-or-Break-Linie und schaue mir an, okay, wie weit sind wir davon jetzt gerade entfernt und sage, okay, und deswegen immer die Formulierung, die ist wichtig. Ich sage immer, unter der Voraussetzung, dass die Make-or-Break-Linie hier in diesem Fall bei 15.635 hält, folgen steigende Kurse bis das, was ich eben genannt habe. So, das heißt, es ist ein Try-and-Error-Handel, aber immer mit Wahrscheinlichkeiten, die zu meinen Gunsten sind. Das heißt, hier haben wir eine recht hohe Wahrscheinlichkeit. Und noch wichtiger ist, erstens, was ist das zu erwartende Chancen-Risiko-Verhältnis nach oben? Und was ist hier mein maximales Risiko? Wenn diese Linie hier reißt, bin ich hier ein Risiko eingegangen zwischen 15.686 und 15.880 irgendwo. Das wäre mein potenzielles Risiko bei diesem langfristigen Trade, also diese 1,2%. Das kann man natürlich jetzt noch weiter eingrenzen, weil ich kann ja auch sagen, okay, ich setze meinen Stopp hier hin und ich wette jetzt in Anführungsstrichen darauf, dass wir hier schon das Tief gesehen haben. Damit wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass meine Position hier ausgestoppt wird, sehr, sehr groß oder viel größer zumindest. Das muss man selber überlegen, wo man dann seinen Stopp setzt. Manche setzen den Stopp hier ganz unten, da, wo die Make-or-Break-Linie ist oder etwas höher oder, oder, oder. Das kommt ja auch darauf an, wie langfristig man handelt. Auf Tagesschart-Basis muss ich den Stopp ganz anders setzen, wenn ich langfristig handele, als wenn ich das jetzt auf Stundenbasis tue. Und dann kann man ja noch weiter runtergehen. Ich bin jetzt auf Stundenbasis und gehe jetzt auf die 30-Minuten-Ebene. Da habe ich meine 2 auch hier unten nochmal. Und hier, wie gesagt, das wäre jetzt aber dann schon kurz vor dem Bruch der Make-or-Break-Linie. Ich kann sogar noch weiter runtergehen und schaue mir das mal im 15-Minuten-Chart an. Hier sehe ich nämlich dann diese gesamten Unterwellen. Da habe ich nämlich von hier oben hier eine A, eine B. und im Grunde genommen wäre die C hier schon verdammt kurz. Das heißt, man kann jetzt mit diesem Trade das Ganze hier antesten und versucht, sein Risiko so klein wie möglich zu halten. Man kann auch einfach sagen, ich warte jetzt erst mal ab, ob die blaue Linie hier gerissen wird und da wir hier dieses neue hochübertrumpfen oder ob wir unter die rote Linie kommen. Das heißt, manchmal ist es einfach klüger, mal nichts zu tun und erst mal zu schauen, was ist die Range? Das hier oben und das hier unten ist ja das Spielfeld, was wir gerade haben und wir sind exakt in der Mitte. Das ist ja der Klassiker, dass wir so gerne in der Mitte zwischen zwei Grenzen uns befinden hier. Das ist immer das Spiel. Dann geht er nach oben, titscht hier oben an, macht vielleicht ein False Break und geht wieder an die untere Seite und dann macht er das Gleiche nochmal umgekehrt. Das sind ja diese typischen Seitwärtsbewegungen, die wir haben. Ja und hier würde, also ich habe zwar das jetzt alles eingezeichnet, damit Sie das nachvollziehen können, ich selber handele das jetzt nicht im Moment. Davon abgesehen bin ich im Markt drin, aber das ist jetzt, ich meine jetzt diesen aktuellen Trade, den mache ich jetzt gerade hier nicht fertig, weil mir das hier noch nicht klar ist. Also einfach mal abwarten und da wird man ja nicht wirklich abhauen, der Markt. Ich kriege den immer wieder. Also ich verliere nichts, wenn ich mal die Füße still halte. Und was man natürlich machen kann, wenn man Lust dazu hat, man kann natürlich dann auch mal hingehen und einfach mal die Signale in den ganz, ganz kleinen Zeit-Einheiten hier. Das habe ich ja so weit runtergebrochen, bis hier. Hier, jetzt ab dem 5-Minuten-Chart kann man jetzt schon davon, kann man jetzt sagen, okay, wenn die 2 jetzt hier schon vorbei wäre, dann könnte man das so handeln. Das heißt, das ganze Bild ändert sich dann auch, je nachdem, auf welcher Zeit-Ebene ich mich gerade befinde. Und dann kann man hier einen Test machen. Man kann immer rausfliegen, aber eventuell erwische ich den auch hier jetzt und ich nehme den bis hier oben mit, wenn ich Glück habe. Oder mal zumindest bis an den oberen Rand, bevor er wieder runterkommt. Und dann kann ich ja schon mit einem Trailing-Stop zusammen das Ganze da oben schon mitnehmen und mich ausstoppen lassen. Das war jetzt ausgesprochen ausführlich für diejenigen, die das mögen. Und ich danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen wünsche ich hier gutes Gelingen. Denken Sie sich rein in diesen Chart, dann sagt er Ihnen sehr viel. Ich habe versucht, einen Teil davon Ihnen jetzt mal aufzuzeigen, mit auf den Weg zu geben hier in den einzelnen Zeitanheiten. Was ist das jeweilige Risiko? In welchem Verhältnis steht das Ganze? Und vor allen Dingen, was kann im Worst Case hier noch alles passieren, wenn das hier reißt? Obwohl wir einen bullischen Count haben, besteht immer die Gefahr eines Pullback. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Like. Bitte abonnieren Sie diesen Kanal und lassen Sie, wenn Sie mögen und wenn es Ihnen gefallen hat, einen Kommentar da. Der Frank Schuh von Elliot Waver Live.